Das war ich nicht. Hi und alle und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich bin heute mit Kim unterwegs, Bielefeld-Zentrum Richtung Bielefeld, den habe ich auch fast übersehen. Ja, wir sind Richtung Bielefeld unterwegs. Wir wollen Essen bei KFC. KFC? Ja, ja, da sind wir uns einig. KFC, KFC. Achso, wie im letzten Video angesprochen, die Knieschleifer haben wir übrigens bekommen. Sie hat jetzt an ihrer Pro-Bike-Kalee, da kommen wir ein paar Held-Knieschleifer. Oh, ich habe gerade einen Stop-Shield überfahren. Das war ja nicht so nett. Ach, egal. Ey, also... Ist das zuvoll, dass hier ein Tunnel ist? Äh, ich habe den hier nicht hingebaut. So, wir müssen... ...auf die Spur hier. Da-di-di-di-dum... ...di-dom... 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 aus mit dem tuch bist du in der gang oder so natürlich sagte sie ist gefährlich ist in einer gang oh gott was habe ich mir da gelächelt das sind blitze 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 bat deine zöpfe sind so hier sieht witzig aus keine ahnung was machen wir hier gerade bielefeld wir fahren zu kfc und ich nehme jetzt jemanden hallo der türke der türke haben wir geguckt und dann wollte der vom habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen ja 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 der neue auspuff ist jetzt eingefahren worden bzw der ist jetzt eingefahren und der ist jetzt ultra geil vom sound ich hab da nichts dran gemacht und also ich glaube ich lasse den einfach so im video weiß ich nicht wie das wie es rüberkommt aber jung ist er laut der freunde er ist halt der ist viel böser viel viel böser ich bin zufrieden kobra weit die beste dankeschön warum will der jetzt hier auf die spur bist du doch sag mal bist du doch noch nie ist jetzt einspurig oh gott oh nein oh nein hab ich jetzt hier drauf ja ok wir haben es auch noch geschafft easy peasy machen wir ein emoji und schreien einfach mal so hat einer geschrien ich weiß es nicht habt ihr auch den typen da gerade schreien einhören dann kentern da oben cool guck mal der hat ein kennzeichen da oben krass oder cool ich glaube ich muss gelangen weil genervt von mir seitdem sie einspurig ist das echte katastrophe das war ich nicht die mädels die haben mich halt einfach verführt ich musste sie von asozial ne schlimm ich war das nicht das war der da ja ja der hat auch einen sehner meinst du, der will sich mit mir unterhalten hä? 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 was willst du eigentlich? hä? 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 ich sag ich mal ich sag lass das mal ich sag das mal guck dir mich so an, hä? hä? geht weiter parkt hier einfach klasse klasse so viele ampeln der packt doch wohl klasse oder voll gut so halb auf der straße na ja auch immer von so ein relativ kleines auto noch kann noch nicht mal ein stück weiter auf dem gehweg der hat einfach kein der hat bestimmt vollkasko der will bestimmt dass ein auto kaputt gefahren wird wir fahren hier rechts wir fahren nämlich hier rechts weil es eine abkürzung ist weil wir sonst nicht auf den parkplatz von kfc drauf kommen so kommen wir besser bei kfc drauf du wirst gut die hat richtig ahnung das mädel was wieso das mädchen kennt sie aus ich hab hunger ich hab hunger ich will was zu essen ich will hähnchen lecker hähnchen ha ich hab ihn gegrüßt mit meinen Armen offen mit den deltas offen ich weiß gar nicht wie der ist der text von dem lied was ich gerade gedacht habe ich glaube könnte sein dass es gar nicht der text war keine ahnung keine ahnung keine ahnung drive ihn ah scheiße ui 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 ja perfekt 647 fuck paul ja, Pauli, achso und ich dachte gerade was haben die denn gegen Paul die mögen Pauli aber wohl anscheinend nicht wir schnappern uns etwas zu Essen 1 ich hoffe euch hat das Video gefallen ein kurzem Video ihr Knob jahr ich geb dem video einen Daumen nach oben ne wir für die sexy leder kommen wir über die knie steife einen Daumen nach oben und dann dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Modo-Valk, Leute. Folgt mir auf den Start. Ich hole mir einen ganzen Eimer voll mit Hähnchen. Lecker.